Hi liebe Freunde und herzlich willkommen, mein Name ist George Siff. Ich bin ein Philosoph und heute geht es um folgendes Bild. Und um folgende Sache, was dieses Bild so sagt. Und genau, dieses Bild sagt Palmen, Elektromasten, Kabel, Wolke, Sonnenuntergang, Orange, Schwarz und Blau. Richtig? Richtig. Aber ein Bild sagt doch mehr als tausend Worte und das waren nur acht. Lass mich erklären, welche Geschichte das Bild in meinen Augen erzählt. Es erzählt nämlich über die Evolution, den Coronavirus und sogar die Flüchtlingskrise. Und um vieles mehr. Dieses Bild spricht über die Angst und darüber, ohne Angst zu leben. Die Natur ist etwas Göttliches. Ne, halt, ich mag das Wort nicht. Ich nehme das Englische. Divine. Nature is something divine. Die Kabel, die zwischen all den Palmen hängen, sehen jedoch nicht so göttlich aus. In meinen Augen symbolisieren sie den Eingriff des Menschen in die Natur, beziehungsweise den Menschen selbst. Es scheint so, als wären wir Parasiten. Zumindest sind wir lebende Organismen, die auf einem anderen lebenden Organismus leben. Nein, das ist Quatsch. Parasiten wären wir, technisch gesehen, wenn wir von Planeten zu Planeten reisen könnten. Wir sind ganz normale Zellen, wie alle anderen Tiere und Lebewesen auch. Nur sind wir viel intelligenter. Das sagt uns zumindest unser Ego. Allein dieses Ego ist zweifellos ein Indikator dafür, dass wir eine hochentwickelte Spezies sind. Nicht wahr? Wir sind Teil der Natur. Hochentwickelt und ebenso göttlich. Wie gesagt, ganz normale Zellen, wie alle anderen Tiere und Lebewesen auch. Nur sind wir kranke Zellen. Wenn man Gaia, Mutter Erde fragen könnte, würde sie sagen, dass wir teilweise üble Krebszellen sind. Kommen wir aber zurück zu dem Foto. Ich sehe, wie sich diese Wolken, fluffig wie sie sind und im wärmsten Licht gebadet, schützend um die Kabel legen. Was in meinen Augen bedeutet, dass das Licht uns stets beschützt. Ja, wir sind ganz bösartige Krebszellen, aber Heilung ist jederzeit möglich. Wenn wir dieses Licht bewusst in unsere Leitungen reinlassen würden, die oft aus stupiden Einsen und Nullen bestehen, würden wir erkennen, dass es keine Probleme gibt, sondern nur Lektionen. Immer wieder gibt uns Mutter Natur Zeichen und Chancen, um mal anders zu handeln. Evolve or repeat. Wir können uns ängstlich einbarrikadieren, Regale leeren, auf eine Impfung warten, die Hilfe von außen. Oder wir nutzen die Chance zu lernen, wie man sein Immunsystem und seinen Körper durch gesunde Ernährung stärkt. Wir können das Überleben unserem gestressten Ego überlassen, welches aus der Angst heraus reagiert. Oder wir nutzen die Chance zu lernen, wie man liebevoll durch Meditation mit unseren Ängsten umgehen kann und anfangen, aus der Liebe heraus zu agieren. Endlich aufblühen, statt nur zu überleben. Wir können hysterisch Einkaufswagen füllen, oder wir nutzen die Chance zu lernen, bewusst mit weniger auszukommen. Ein alter Kollege von mir, ein griechischer Philosoph, Hieraklitus, hat folgendes gesagt. The only thing that is constant is change. Denn unser Planet und vor allem die Welt, in der wir leben, verändert sich immer schneller. Ich finde es schön, dass wir Krebszellen sind. Denn jetzt wissen wir doch, dass wir keine Krebszellen mehr sein möchten. Wir lassen uns den ganzen Tag von unserem Ego und unseren Ängsten herumschubsen. Die Stimme im Kopf ist verdammt laut, ich weiß. Angst einflößend, ich weiß. Und zudem hat uns keiner beigebracht, wie man die Stimme im Herzen klar erhöhen kann. Fangen wir doch damit an, mal das Handy wegzulegen. Irgendwann vielleicht mal meditieren? Allein schon die Intention, diese Stimme zu finden, reichte aus, um die Stimme des Herzens lauter werden zu lassen. Ich rede über die Intuition, die Stimme deiner Seele. Wir alle kennen diese Stimme der Intuition. Man hat so ein Bauchgefühl, da weiß man einfach, dass man etwas nicht tun sollte. Und wenn man es sogar schafft, dieser Stimme mehr Vertrauen zu schenken, dann sagt sie sogar, was man tun sollte. Aber ich weiss schon wieder ab. Wir stehen ganz verängstigt in diesem Fluss des Lebens und wollen auf keinen Fall weiter treiben. Das war ein Höllenritt bisher, ich weiß. Aber jetzt haben wir schon alles gesehen und erlebt. Wir müssen endlich loslassen von unseren Ängsten und von unserem Ego. So werden wir leichter und können viel agiler und eleganter durch den Fluss des Lebens gleiten. Ein Gefühl wie Surfen. Ich rede vom Flow-State. Da kommst du hin, wenn du auf die Stimme deiner Seele gehört hast. Das machst, was du liebst. Und du so in dieser Tätigkeit drin bist, dass du voll, voll und ganz in jetzt verschmilzt. Und die Zeit vergisst. Du kennst das Gefühl. Da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Im Jetzt zu leben. Glücklich und frei sein. Erst als Individuen und dann als Kollektiv. So stelle ich mir eine gesunde Zelle vor. Sehen wir es mal so. Der Coronavirus ist ein Medikament, was Mutter Erde eingeschmissen hat, um sich mal eine Pause von uns zu verschaffen. Weniger Autos, weniger Flüge, Fabriken haben dichtgemacht, klarer Himmel, frische Luft. Ich höre sie sagen, entweder ihr lässt mir diese klare Luft und kommt mal runter, oder ihr schmeißt mir mehr von diesem Zeug. Sie hat uns Hausarrest gegeben. Sie bringt uns dazu, mal innezuhalten und unser Tun zu überdenken. Mutter Erde. Das Bild sagt, hinter der Veränderung ist immer das Licht. Vielen Dank. Das Bild sagt, hinter der Veränderung ist immer das Licht. Schöpfung ist immer das Licht. Aber das ist immer das Licht. Untertitelung des ZDF, 2020